Ski-Alpin Weltmeisterschaft 2015 in Vale, Beaver Creek, die Abfahrt, auch in Ski-Challenge, ja was gibt Schöneres auch in Ski-Challenge, dazu eine Weltmeisterschaft hier und das ist natürlich das Thema hier in diesem Video, hier ist es auch, finden wir eben hier unter Meisterschaft, den Wettkampf muss man sich natürlich vorher qualifizieren, aber kann man was drückwärts fahren, das ist möglich, also das ist nicht so. Schwer würde ich mal behaupten, ja also Weltmeister werde ich wahrscheinlich nicht, also da braucht man kein Profit sein, das werde ich sicherlich nicht schaffen Weltmeister zu werden, aber mal schauen ob ich mein Ziel erreicht unter der Top 10.000, dann wäre ich mehr als nur glücklich, dieses Ziel habe ich in Kitzbühel beim letzten, ja Abfahrt im Weltcup ja leider verpasst, mal mal gucken wie viel da bin ich da geworden, es kam ja auf der offiziellen Ski-Challenge Homepage nach, gucken hier unter Ranglisten, 12.950, naja und dann würde man meine hier World Cup, das ist die Weltmeisterschaft, ist allerdings der Gesamtweltcup, damit gemeint, da bin ich aktuell auf Platz 9.000, cool, nein schlecht und hier würde man die Weltmeisterschaft finden, hier Beaver Creek CS, da findet man dann das und es führt überraschenderweise wieder, Daho hat ja noch nie gewonnen diesen Winter, ne Respekt, also der kann schon Ski fahren, Ski-Challenge, wie auch immer so, mit welchen Schirrensträllen gehen wir hier rein, ich würde sagen, ein bisschen mehr Speed würde wahrscheinlich nicht schaden, ein bisschen weniger Drehung, die Kanten, hä, hä, hä mach mal, ich probier's mal so, Geist, stelle ich Rang, 9.999, hä, ja gegen Mitch, uh, probier ich mein Glück, so let's go also dann sehe ich auch wenn ich gegen den fahrer ob ich es unter den top 10.000 schaffe ja oder mein beziehungsweise oder top 9999 so es ist ja keine unbekannte strecke hier bieber krieg die gab es ja schon öfters in g challenge so im vergangenen jahr die olympia abfahrt die war komplett neue g challenge gab es vorher glaube ich ja doch nicht anders jetzt hier bieber kriegt die war schon öfters mit abstand alleine auch schon diese wieder weiß ja dabei das erste alle erste alle genau das allererste rennen würde sagen da ist das biet hier schon mal auf wenn es hätte das sind die schnellen schien hier habe ich brauche aber auch den vorsprung hier wo das ist schön das ist mein schöner vorsprung hier auf der birds of prey heißt die strecke hier jetzt kommen die kurven ja wo ist mein vorsprung ja das wird wieder so habe ich jetzt natürlich ziemlich viel speed rausgenommen als tor war gut richtig gefressen hier like ganz röd da ist oben bleiben nicht wirklich optimal aber immerhin doch wie groß ist es ja ist es ja eigentlich ziemlich auch weise gas eis und sommer im mix naja gut was soll es hier kann man ja wieder mehr so fahren oder speed mitnehmen nächste zwischenzeit finden hier gegen schweizer die schweizer war ja nicht so schlecht gestern im real leben im sogenannten real life ja das gibt es auch bei der abfahrt war glaube ich niegelt der sprung hier oder ist das goldnickel vorher war es natürlich das ist auch schon das ziel hier jetzt nicht verkacken hier knapp dran aber das geht sich aus hier und letzter sprung ab ins ziel wird eine unter zwei minuten nicht zwei zwei ich hab du endlich geschlagen halleluja platz 7.645 krass aber vielleicht fahren hier noch einige bis heute 21 uhr heute 8 februar läuft ja noch das eine dir so weil so gut gelaufen ist würde ich sagen das probiere ich gleich noch mal vielleicht kann ich mich sogar noch mal verbessert doch so optimistisch brauchen bleiben aber probier mal allerdings vielleicht sogar noch ein bisschen mehr speed hier beide gleiten gleiten sagt gegen dann sieht wir können sie 84 xx so da habe ich erbärmlich erbärmlich aber das ist kommen wird er kommt man es kommt ein hier vor beim start man würde mit drei kmh auf dem tor zu fahren will natürlich so eng fahren wie man nur möchte ja ich suche gerade dann ausreden und dann verkackt muss hier ja das sind grad 70 kmh ganz abkürtiger kaum glauben muss nur sepp und er ist wirklich hinter mir haben wir wieder bis abgetragen hier ja das ist die ideale die sagt wie sie das da auch jetzt hier und dann eng am tor bleiben und gibt es ja nicht mit vorn das deutlich ja es war ich wahrscheinlich jetzt hier recht gut gut das sind natürlich entscheidende passagen da kann man viel verlieren oder auch sehr viel verlieren und natürlich auch bisher das gewinnt aber das war nicht so schlecht aus ja jetzt habe ich das jemals schon so gut erwischt nein 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 nicht ausscheiden da war es lecken wir sind ja zweieinhalb sekunden knapp vorsprung wo wie viel bleibt davon jetzt noch übrig kann ich hier wirklich die zeit unter zwei minuten hier hin klappern das wäre genial doch sogar noch leicht hier circa ich glaube ein bisschen ausgebaut sogar und jetzt hier golden igelsprung bam ohne glück ab und so an nichts nicht scheitern jetzt noch ein bisschen ausgebaut über zweieinhalb sekunden jawohl jawohl ziel sprung hier nochmal wunderschön nicht gedrückt und dat wird nein unter zwei minuten schaff ich das nie und nimmer aber drei sekunden besser und ich bin ziemlich ein genius fällt mir jetzt gerade ein mein was ich bin nicht tot jetzt denke ich mir da wirklich verbessern kann man rekord um zwei drei sekunden ja denkste ich habe ja noch platz 9999 hier drin das hat mir nichts geholfen ich hätte natürlich den nächstbesten einstellen sollen ich habe nicht so 20 plätze oder so verbessern hilft mir aber recht wenig ja schilder sofort geht an dieses jahr an mich erscheint jetzt ist nichts bis jetzt sehe ich ob ich mich wirklich verbessern oder nicht oh man ja 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 wenn ich jetzt bezweifle ich doch sehr das nicht zweieinhalb sekunden vorsprung aber ich war schon überrascht ich denke mir schon drei sekunden oder zweieinhalb sekunden vorsprung kann ich mir doch weit verbessern aber ne 20 plätze ja der ist schon mal vorne hier ja das das wird schwer hier wildmeister zu werden das wäre natürlich quatsch schaffe ich nie mehr über die zehn jahre trainieren ich würde sie schaffen ich bin sogar nicht im rennen aber die die alle der sie da hat das haus und ich bitte noch in führung halleluja und kopf hat er kaum der körper ich glaube ich hab sogar die bessere linie weil mehr speed haha da habe ich dich jetzt mein freund wer doch nicht kopf am kopf rennen ja ist oben bleiben wieder nicht perfekt erwischt aber noch im rennen soll jetzt bin gespart er hat den schnelleren schien hat den schnellen schien das hat man hier oben schon gesehen wo er mich am anstart hier schon gesagt hat aber wer hat die bessere linie eindeutig eindeutig ich bin der hot sport hier noch so ich probiere es noch einmal gegen aqua marina halleluja mann noch mal das zweite tor dass sie schon eines der fiesesten tor wenn ich wo stürze dann hier habe ich gesagt einmal doch jetzt einmal doch jetzt einmal doch ob das kind auch jeder sagt nur einmal noch ein versuch noch kommt ein versuch noch weiß ich bleibt nicht aber jetzt vielleicht wo ist aqua marina ein gutes zeichen wenn ich ihn nicht sehe weil dann ist er ziemlich parallel auf mit mir sogar leichte führung er nämlich erst leichte führung jetzt mittlerweile soll jetzt ja ganz leicht führung jetzt ist es nicht das letzte Mal ach nein da war der Bälle der Bälle war ja und jetzt habe ich ja 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 aber ich gebe natürlich hier nicht auf aber noch weiter von dort kann man ja ich war zwar lalalala ich gebe nicht auf ich krieg denn doch ich krieg der doch so farme wenig selekter jetzt tor ein herrlicher schluss dieses videos ich glaube das schaffe ich mehr so wird wahrscheinlich noch einige plätze zurückfallen weil sicher nur einige probiert werden und mich schlagen vielleicht auch ihr mal schauen wie sieht es bei euch aus was sagt ihr zu bieber creek gefällt es euch schreibt eure meinung auch gerne in die kommentare sonst weiterhin viel spaß in die challenge oder was auch jemand danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal